Herzlich willkommen zum Thema Lust auf mediterrane Küche, genussvoll gegen Bluthochdruck. Ich bin Vivian Faustin, ich bin in der Adiposast-Abulanz der Universitätsmedizin Göttingen tätig und kümmere mich um Patienten, die abnehmen möchten oder wissen wollen, warum sie vielleicht auch zugenommen haben. Ich möchte Ihnen heute Lust machen auf die mediterrane Küche und Ihnen zeigen, wie man mit Spaß seinen Lebensstil optimiert, um gegen den Bluthochdruck anzugehen. Die Behandlung von Bluthochdruck ist ja bekanntlich sehr oft über Medikamente. Das ist ein sehr bewährtes Verfahren und einfaches Verfahren, aber es geht auch anders, und zwar indem man den Lebensstil optimiert. Unter Lebensstil verstehe ich natürlich nicht nur das Ess- und Trinkverhalten, sondern auch die Bewegung. Und wir haben heutzutage ganz tolle Apps in unseren Handys und Schrittzähler, sodass wir unsere tägliche Bewegung optimieren können, Schritte zählen können und auch ein- bis zweimal in der Woche die sportliche Tätigkeit hinzufügen können, wie zum Beispiel Fahrradfahren oder auch Walken gehen oder auch vielleicht mal mit der Familie auf der Wiese Badminton spielen. All das gehört dazu im Kampf im Grunde gegen Bluthochdruck. Natürlich sollte die Work-Life-Balance auch sehr gut mit da rein spielen. Das heißt, es ist wichtig, auch sich Ruhepausen zu gönnen und nicht nur in Familie, Beruf, Doppelbelastung und sehr viel Hilfsbereitschaft zu zeigen, mit seinen Mitmenschen auch mal sich Ruhe zu gönnen und auch mal die Entspannung in den Vordergrund zu holen. Wir haben also im Grunde den Lebensstil, den wir optimieren wollen. Von meiner Seite aus bin ich dabei, erst mal Ihnen die Lust auf mediterrane Küche zu machen. Denn es ist tatsächlich so, dass man auch wenn man in der Familie Patienten oder besser gesagt Familienangehörige hat, die auch Bluthochdruck haben und man hat ein Risiko auch daran zu erkranken, dann ist es wichtig, dass man ruhig seinen Lebensstil und vor allem seine Ernährung anpasst. Weil auch damit kann man das Risiko senken, auch an Bluthochdruck zu erkranken. So, es gibt eine Sieben-Länder-Studie, die ich anknüpfen möchte und die war schon in 60er Jahren und die ist sehr interessant. Weil der Wissenschaftler Ansel Key hat gezeigt oder hat erstmal die Frage gestellt, so rum erstmal formuliert, warum sind eigentlich die Menschen in Griechenland, vor allen Dingen in Kreta, gesünder als andere? Warum leben die länger und warum haben die weniger Herz-Kreislauf-Erkrankungen? Und er hat überall Ernährungstagebücher verteilt in verschiedensten Ländern und hat die verglichen, wie sind die Essformen von den einzelnen Ländern. Und es kam ganz klar raus, dass auf Kreta eine überwiegend vegetarische Kostform zu sich genommen worden ist, wo nicht so viel Fleisch und Fisch dann zusätzlich zu verzehrt worden ist. Also es waren viele Nudeln dabei und natürlich fehlte das Olivenöl nicht. Es war immer wieder mit als Salatdressing dabei oder beim Zubereiten der Speisen. Dann gibt es natürlich viel Gemüse, auch Silosanales-Gemüse, viel Käse und als Nachttisch oft Obst und immer wieder mal ein Glas Wein. Das heißt, damals in Kreta, in den 60er Jahren, war ja das Leben geprägt auch so ein bisschen vom ärmlichen Bauern, sage ich jetzt mal, der sein Essen zubereitet, selber zubereitet, der sehr viel Olivenöl verwendet und auch viel Fisch mit im Essen hat und alles sehr wertschätzt. Und das finde ich, ist ein sehr wichtiger Punkt in der heutigen Zeit, wo sehr viel doch einfach konsumiert wird. Ich habe immer wieder Patienten, die berichten, dass sie eigentlich sehr schnell essen und nach dem ersten Teller merken, Mensch, das war ja eigentlich sehr lecker, aber ich habe gar nichts davon gehabt. Nach fünf Minuten war ich fertig und dann einen Nachschlag nehmen. Und das ist oft das Verkehrte. Somit isst man natürlich zu viel, auch somit zu viel Salz, was ja auch Bluthochdruck fördern kann. Dementsprechend ist es wichtig, einfach das Essen wertzuschätzen, achtsam und langsam zu essen und auch genussvoll in dem Sinne. Und das ist das, was auch die Kreta-Küche damals so ausmachte. Heute ist im Endeffekt die mediterrane Küche vor allem geprägt durch die vegetarischen Gerichte und dass die tierischen Produkte eher seltener drin vorkommen. So, wenn wir mal so ein bisschen mehr in die Praxis geht, was so gemacht werden kann. In den Hauptgerichten werden sehr häufig verschiedenste Gemüsesorten verwendet, sei es jetzt zum Beispiel als Pfannengerichte. Die Okraschokte ist zum Beispiel sehr bekannt in den südlichen Ländern und werden häufig verwendet. Und Hülsenfrüchte, Sie kennen das von den Anti-Pasti-Platten, wo immer sehr schön die weißen, dicken Bohnen in Tomatensauce sind oder auch andere Eintopfgerichte oder so mit Hülsenfrüchten werden dann angeboten. Ebenso sind Reisgerichte, Getreideprodukte und Pasta immer wieder auf dem Tisch. Fehlen darf natürlich nicht der Salat als Beilage. Im Sommer ist es der klassische griechische Salat, den wir alle kennen, mit Gurke, Tomate, Salat und natürlich Knoblauch und Olivenöl und im Winter mit verschiedenen Kohlsorten und reichlich Zwiebeln und Olivenöl. Apropos Olivenöl, das wird ja in der Küche in Griechenland sehr häufig verwendet, aber natürlich auch in anderen mediterranen Ländern und das ist sehr besonders. Deswegen möchte ich nochmal auf das Fett eingehen und einen kleinen Exkurs machen. Sie wissen sicherlich, dass man die Nahrungsfette unterteilt in ihre Bestandteile und man unterscheidet die gesättigten Fettsäuren, die einfach ungesättigten Fettsäuren und die mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Und ich sage mal ganz einfach, Sie können sich das so merken, von den ungesättigten Fettsäuren sind wir noch nicht satt. Die brauchen wir. Die gesättigten Fettsäuren, da sind wir schon satt von, die brauchen wir nicht. Das heißt, wenn Sie auf irgendeiner Produktpackung lesen, reich an ungesättigten Fettsäuren, das sind genau die, die wir brauchen, weil die sind gut für unsere Gesundheit. Wo sind die nun drin? Also die gesättigten Fettsäuren sind vor allen Dingen in Fleisch, Milch und Fertigprodukten drin und erhöhen somit auch leider durch ihre Bestandteile das Herzinfarktrisiko. Die einfach ungesättigten Fettsäuren, da ist zum Beispiel das Olivenöl, das Dieselöl hervorzuheben und vor allen Dingen auch unser Rapsöl. Das Rapsöl ist im Endeffekt das Olivenöl des Nordens und ist dementsprechend auch sehr, sehr gut für unsere Küche und es wäre super, wenn wir das weiterhin anwenden, weil wir damit unsere Gesundheit fördern. Das heißt, die einfach ungesättigten Fettsäuren sind ideal, um jetzt unser Herzinfarktrisiko zu mindern, Cholesterinspiegel zu senken und dementsprechend auch vielleicht sogar Tumore in der Entstehung verhindern. Ganz besonders sind die Omega-3-Fettsäuren auch hervorzuheben. Das heißt, um zum Beispiel vor allen Dingen den Blutdruck auch zu senken, neben den ganzen anderen Vorteilen im Herz-Kreislauf-System, brauchen wir pro Tag ungefähr so 100 bis 200 Gramm Fisch oder wir nehmen mal eine Handvoll Walnüsse oder wir nehmen irgendwo mal einen Teelöffel Leinöl mit ins Essen. Das waren Oder-Angaben. Das heißt, man kann sehr schön durch ein geschicktes Zusammenführen Omega-3-Fettsäurehaltiger Lebensmittel den Tagesbedarf sehr einfach decken. Ich möchte nochmal auf die Transfettsäuren zu sprechen kommen, weil das sind die Fettsäuren, die wir nicht brauchen. Die sind vor allen Dingen in den Fertiggerichten drin. Sie kennen das, wenn in den Zutatenlisten steht in Klammern zum Teil gehärtete Fette. Genau an dieser Stelle entstehen die Transfettsäuren und die sind leider nicht gut, weil sie im Grunde den Cholesterinspiegel erhöhen können und somit das Herzinfarktrisiko und die Tumorenstörung erhöhen können. Das heißt, es ist wichtig, eher selber zuzubereiten und die Speisen nicht als Fertiggericht zu kaufen. So, weiter geht's. Wie kann man Mahlzeiten weiterhin gestalten im Sinne der mediterranen Ernährung? Zu allen Gerichten wird sehr häufig Brot gereicht und als Nachtisch gibt es immer eher eine schöne, leckere Obstportion, wie zum Beispiel die Apfelsinen, Äpfel, Melonen, Weintrauben, was die Saison gerade so hergibt. Dann bei Zwischenmahlzeiten wird sehr häufig dann Joghurt verwendet oder auch Käse oder auch Obst. Bei dem Alkohol ist zu sagen, dass es ja sehr häufig auch genommen wird in den Südländern zum Essen. Grundsätzlich kann aber Alkohol den Blutdruck leider auch ein bisschen steigern, sodass ich eher zu einem genussvollen und moderaten, nicht täglichen Verzehr raten möchte. So, abschließend möchte ich Ihnen noch ein paar Tipps geben, wie Sie jetzt das eine oder andere optimieren können im Kampf gegen Bluthochdruck. Das heißt, statt Wurstbrot vielleicht mal Brotschetta machen. Also Tomate klein würfeln, ein bisschen Olivenöl dazu, ein bisschen Zwiebel und lecker Knoblauch mit Basilikum abgeschmeckt. Auf einem gerösteten Brot. Oder Sie nehmen mal statt Pommes lieber die Kartoffelspalten im Backofen zubereitet, ein bisschen mit Olivenöl eingestrichen. Oder mal als Beilage oder zum Brot Grillgemüse. Auch sehr lecker. Im Backofen kann man es auch sehr gut machen, auch mit Olivenöl eingestrichen. Statt paniertem Fleisch oder Fisch gerne Fischfilets verwenden, haben wir schön Omega-3-Fettsäuren. Und Walnüsse kann man überall gut mit drüber streuen. Ideal über einen Obstsalat. Oder machen Sie es wie die Griechen in den Joghurt mit rein und schön mit Honig gesüßt. Natürlich heißt immer, so viel hilft nicht viel. Das heißt, Sie brauchen immer nur eine Handvoll Walnüsse oder esslöffelweise das Olivenöl. Sie brauchen jetzt nicht alles in Walnüssen und in Olivenöl zu ertränken. Ich sage es mal so salopp. Weil irgendwann spielt ja auch dann doch das Fett eine Rolle, wenn es um Gewichtszunahme geht. Das heißt, Portionen reichen aus im haushaltsüblichen Mengen. Ich hoffe, ich habe Ihnen ein bisschen Spaß gemacht. Vielleicht nehmen Sie sich mal ein bisschen Käse und Weintrauben zum nächsten Snack mit und wünsche Ihnen eine schöne mediterrane Küche mit viel Appetit und Genuss. Vielen Dank!